Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Regents of Memories mit RicoStory Ähm, am letzten Part haben wir diesen behinderten scheiß Schöneurer oder was weiß ich, diesen dummen Herzens, aber den haben wir umgebracht der mich übelst mit dem wir übelst auf den Sack gegangen mussten Ja und jetzt gibt man das nächste Stockwerk, jetzt kommen wieder Cutszenen Einiges, weil jetzt haben wir wieder alle Karten nämlich Ja, da würde ich sagen Das Scent, du bist ein anderer von diesen Nobodies Du hast gut gemacht, thus far Aber wenn du deine Macht hast, und zwar Angst, die Schöneur, was ein Verzicht Ich bin nicht Angst, ich schäbe es Ich fühle, dass du das machst Du bist auch möglich, zu kontrollieren die Schöneur Cast away your useless fear, open your heart, embrace the darkness And if I say no? Then you lose both light and darkness And disappear I, Lexius, will not yield to the frail heart of an infantile coward Now stop resisting and let the darkness in Take this Take this Take this Take this Yeah, Lexius, it looks like this Ja, das läuft doch gut. Ja, ich sehe dir gar nicht so viel aus. Nee, ich doch nicht. Ich möchte ja schon sagen, der ist übelstark. Haua. Und jo. Das war jetzt nicht gerade der stärkste Gegner. Dafür, dass ich so mega viel Leben hatte. Oh, oh, zweimal Level hochgekommen. Better ist es. Das hatten wir ja noch nie. Der Lexus. Karte bringt's übel. Ja, mach mal Leben. Und... Und... Mach mal Leben. Ich will hier länger leben. Und... Und... Du bist fertig. Trouble Too slow You are the superiors Forgive me, Zexion This was a fight I should not have started I see you now Clearly Huh? Lexius? Riku I can see your heart No It's not Darkness this foul could only Only be That's it Remember me Let me drift into your heart Ansem You called out my name You have been thinking about me You're afraid of the darkness I command Good The more you think of me The closer my return draws And when I have awoken I will take hold Your heart will be mine And when I have and I can go to the fire And I can walk around my head And you're still there And you're still there And you're still there I can walk around my head I can walk around my head I see you now And I can walk around my head Der König hat mich beschädigt. Du bist mit mir, nicht wahr? Du bist mit mir, nicht wahr? Ja. Kommt doch eh jetzt nochmal an der Cutszene, oder? Ja. Lexius ist auch weg. Vexen, Larxene, Lexius. Ich wundere, wer wird nächstes Mal? Ich dachte vielleicht, es könnte dich sein. Ich? Keine Ahnung. Ich habe bereits meine Poundung von Sora. Er denkt, ich bin gut. Nein, ich denke, es wird Marluxia nächstes Mal. Für die Organisation und die Säure. Ich hoffe, dass er genau wie sein Herz ihn hat. Also, was für dich? Ich dachte, dass ihr alle Pläne für Riku hatte. Ja. Wir werden ihn gegen die Trätern. Aber mit Marluxia weg, gibt es keine mehr 필요e. Er ist nichts, aber eine Nuisance. Und er ist auch gefährlich. Nach allem, er hat Lexius verloren. Sie wissen, das ist nicht so, wie ich mache. Sag mir, hast du die Daten auf Riku erhalten? Ja. Was? Einer der Säuren hat die Säuren. Einer der Säuren hat. Einer wirklich stark. Einer der Säuren hat. 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 Das ist du. Ja, es ist dein Haus. Ja, dritter Stock. Dann kommt der zweite Stock noch. Und dann der erste. So. So weit ich weiß, komm hier nehme ich auch noch ein paar Katzen. Mit Rico und Sora. So weit ich weiß, dass mir die Winde der Insel so sehr fehlen würden. Oh Mann, es gab Zeiten, da konnte ich es nicht erwarten, von diesen Felsen herunterzukommen. Und jetzt bin ich leicht, dort hier zu sein. Sind aus. Hey. Und da läuft er und läuft er. Was ist mit euch los? Ich habe euch drei noch nie so still gesehen. Habe ich was im Gesicht, oder was ist das los? Hallo. Hallo. Schüsse des Anfangs. Oh, jetzt kommt wieder die Night of Fate Musik, wenn ich käme. Das, 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 das. Insel der Schicksalz. Und? Yeah! Darkness! Du 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 oh ne zu verschwunden dû geichert aber ich muss mal kurz gucken gibt es hier mehrere türen die ich öffnen muss ja dann kann ich das nämlich nicht alles in dem park machen ist doch wieder eine ok da gehe ich den oberen weg dass ich die tür noch krieg mal habe den und der mit den und den 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 oder nur lokalen den 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 richtig schön ich aber die musik hat er geändert Aber ich glaube, das habe ich schon im Psoroport gesagt. Ach, wieder eine R1. Dann nehme ich eine Dösende. So. Und ja. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Ich weiß auch nicht. Heute ist noch nicht mein Day. Vielleicht. Okay. Ich muss jetzt einfach nur so schnell wie möglich jetzt noch kurz zum Endgegner kommen. Den fertig machen und dann beende ich den Part für heute. Aber ich denke, es wird noch drei Parts vielleicht höchstens. Dann bin ich fertig mit Trikot. Dann ist Kingdom Hearts Let's Bay mäßig fertig. Dann muss ich nur noch privat so oft noch zocken. Alleiner Gedanke kostet es mich an. Ich wäre aber meine Platte und ich bin doch so stur. Nein. Gegner. isch. Unless its dark. Nichts. darkness geht doch nein ok hat sogar noch gereicht so das kommt ja der riesen schatten von zoro als gegner ich habe vergessen wie er heißt gegner und das sieben es müsste eine cut szene kommen oder es kommt nur sprechblasen kairi hey kairi du etwa auch nein du wusstest doch das würde passieren du bist doch schon vorher durch viele welten aus der erinnerung gereist und in dieser welt sind ihr nur dunkel wesen begegnet in diesen in deinen herzen sind nichts an als dunkle erinnerungen übrig alle deine erinnerungen an deiner heimat sind weg jede einzelne das ist gelogen ich erinnere mich noch genauer an alle hier tato seffi und walker und auch kairi und zora sie sind meine meine freunde meine engsten freunde wer hat diese freude links liegen gelassen vielleicht hast du ja deine eigenen taten vergessen du zerstörst das deine heimat was was is that night all of the islands you grew up on was